Ich liebe den Song, der ist so geil. Ich liebe ihn einfach. So Freunde. Schwarmhutter. Ein Einblick meines Forschers in die Schwarmhummer, Mama. Von den zehn Kreaturen, die ich bisher erforscht habe, ist es die Schwarmhutter, die mich in meinen Träumen verfolgt. Obwohl sie scheinbar gleichwertig zu den Grunts eingestuft wurde, war sie ein weitaus gefährlicher Kreatur, die den Schwarm aus Insekten auf jeden Menschen in Reichweite hetzen, bis dessen Körper durchstochen und geschwollen und voll mit ihrem abscheulichen Gift war. Okay. Sehr gut. Ist okay. Hallo. Hallo. Ich spiele ein bisschen Hand. Ja, jetzt spielen wir so ein bisschen hier. Einfach Shooter. Ja, ja. Ich bin der Shooter-King, Shooter-King, Shooter-King. Ich bin der Shooter-King, Shooter-King. Weißt du, soll ich dir was sagen? Fortnite ist mir voll Name geworden. Das ist so heiß nicht. Das spielt ja jeder. Fortnite ist nur was für Kinder. Genau, richtig. Genau. Und da wir aus dem Alter raus sind. Genau. Und Call of Duty spielen wir auch schon nicht mehr. Das ist auch so blöd. Nee. Das spielen nur Kiddies. Wollte ich gerade sagen. Hier, das ist richtig was für uns hier. Bumm. Mit Monstern und so. Ne? Richtig so. Ja, aber dann kann ich immer so schlecht schlafen und dann mache ich immer ins Bett. Aber egal. Aber du hast doch nur eine Windel um, oder? Oder? Habe ich dir im Vertrauen erzählt und du? Du erzählst das ja einfach im Stream. Ich will dich nicht in Ordnung. Nee, nee, nein. Ähm. Flexi? Ja? Hier könnte man sich doch irgendwo anmelden und Punkte kriegen, ne? Dann fürs Registrieren oder so. Ja. Aber wo geht das? Äh, warte, ich gucke mal eben. Warte. Konto verlinken. Da ist das. Du drückst auf Einstellungen, oben rechts das Fahrrad. Und dann gehst du unten links hin. Da ist Konto verlinken. Ah, da. Ja. Ja, ich bin nicht mal an. Ja, das kann ich auch machen. Vielleicht mache ich das nicht im Stream. Ich schalte mal eben um. Warte mal auf Talk. Warte. So. Nein, 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 nein. Hast du schon ein Konto? Nee, warte mal. Äh, anmelden und später. Da unten kann es auch unten nicht stellen. Wo, ach da, ich hatte auch kein Konto. Später. Ach so, hier, registrieren. Warte mal. Äh, Nickname. Wie heiß ich denn? Äh, äh, Real... Shooter King, Shooter King. Ja, Shooter King. So, E-Mail-Adresse ist... ...deine-mama-stink-nach-hoden.de ...at-gmail.de Du musst deine Belichtung, glaube ich, etwas anpassen. Warum? Weil du hast grisseligen Stream. Also, ich meine, das kann auch einfach sein, dass die Kämpfe ihn einfach hässlich findet, aber... Ja, ich bin Shabby. Es tut mir leid. Ach, das ist richtig. Warte, ich kann nur mal Ad schreiben, weil ich so doof bin. Warte mal, ich schreibe mir mal Ad auf. Ach, das ist richtig. Du kannst doch noch niemals Deutsch. Wie sollst du dann Englisch können? Deine Mama ist fit. Nee, das stimmt nicht. Die schwitzt beim Kacken. Deine Mutter schützt andere Kinder vom Sattel und riecht dran. Nein. Nee. Deine Mama schwitzt beim Kacken und beim Duschen. So, sing ab. Bin ich jetzt angemeldet? So, log in. Muss ich jetzt die E-Mail noch bestätigen oder was? Ja. Ach, so eine Kacke. Ich habe eine Freundschaftsanfrage. Ah, von Big Apple. Nehmen wir mal an. Nee, ignorieren. Sehe ich nicht. So, äh, Entschuldigung. Geht das denn auch so oder muss ich die jetzt bestätigen? Bestätigen. Ah, nervt doch nicht, Mann. Da wartet jemand im Warteraum. Aber warte, ich muss erst die E-Mails gucken. Moment, warte. Ah, wo ist es denn jetzt? Ah, Mann, 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 Mann. Meine E-Mails. Wie, ich habe das doch gerade aktiviert. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Matze. Oh. Ihr habt euch kacke an. Was? Ah, jetzt ist aktiviert. Kann der wieder, kann der wieder gehen, bitte? Kann der gehen? Ja, ich bin, ich weiß auch nicht. Ja, der, der erzählt. Ach, ja. Der hat gesagt, wir stinken. Ich glaube, er riecht sich selber. Ja. Ich wollte gerade sagen. So. Oh, shit, ich habe 5.000 Hand-Dollars bekommen. Nee, 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 nee. Warte, 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 warte. Ich gucke, der ist am Laden. Warte, Moment. Ja. Pepper? Ja, mein Sohn? Äh, äh, ich spiele Mario Kart mit den Freunden. Äh, 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 äh. Also, ich spiele gerade Mario Kart mit Freunden. Warte, gut, dann ist das okay. Online, danke. Tschüss, bis später. Tschüss. Ist er weg? War das dein Papa? Ja, das war mein Papa, jaja. Oh, shit. Oh, oh, hör mal, da ist was im Anmarsch. Oh, zitt den Knallern, zitt den Knallern. Hat er nicht wirklich gemacht, Alter. Alter, was läuft, das war auch nicht falsch. Du hast jetzt nicht wirklich gepupst, sagst du. Alter. Alter, der registriert sich nicht bei mir, warte mal. Das liegt wahrscheinlich, weil das hier so stinkt, warte mal. Ah, nee, habe ich doch bekommen oder was? Warte mal, ich gehe wieder rüber, so. Doch, habe ich bekommen. Yeah, 13.500 hier oben, guck mal. Alter, da kommt was, da ist was im Anmarsch, sagt er. Alter. Ich auch, 13.500. Yeah, danke fürs Annehmen. Ja, gerne. So, äh. Ähm, warte, ich muss den Matzen mal lauter machen, der ist so leise. Boah, stimmt das hier, Alter. Nein, ehrlich, ey. Wer ladet mich denn ein von euch, dass wir ein paar Shooter spielen? Du musst alle beide einladen. Ach ja, also, wieso muss ich das machen? Du bist der Streamer. Du bist der Streamer. Ja, Entschuldigung, zurück zum Spiel, so. Ja, ich nehme mir an. Hallo, auch bei Matze, alle im Stream, wir sind 12. So, hallo. Und, ähm, jetzt noch Matze einladen, so. Ich habe mal extra einen kostenlosen gemacht. Warte, ich mache das auch mal, nur zur Sicherheit. Ja, ich denke auch, ich weiß nicht, wie der Matze spielt, weißt du? Der ist nicht in unserem Alter, der kann das nicht. Richtig, genau. Der, nee, der, nee, der ist erwachsen. Das geht nicht. Das, nee. Deswegen, das wird hundertprozentig schlecht. Hundertprozentig. Was habt ihr denn als sekundäre Region genommen? Sag ich dir nicht. Europa und USA-Resten. So. Ja. Oh shit, alter Sascha, du bist voll der Gangster. Ja, guck mal. Guck mal, dreh mal mal, mein Charakter. Dreh mal. Nee, das war Antorio aus Bandera. Wurde das Spiel komplett zurückgesetzt? Ja, sicher, ist doch Release gewesen. Sag mal, bist du nicht auf dem neuesten Stand? Oh, du bist so altmodisch. Mann. Ehrlich, schmeiß dir wieder raus, Potschi. Ehrlich. Ich weiß auch nicht. Das ist mit den Erwachsenen. Die machen, die kümmern sich um nichts. Ich sag dir das. Ich hab dir das schon immer gesagt. Immer die. Die sind abgehoben. Ja. Die sind, die haben gar keinen Plan vom Leben. Glaub mir das. Glaub mir das. Immer diese alten Gamer, weißt du? Die mit ihren Amiga 500 und so ne Scheiße. Wer spielt denn so was? Wir sind jetzt noch am Commodore. Das ist das Problem. Ja, genau. Da musst du noch Disketten wechseln. Oh, Level 2. Ich brauch die Diskette 10. Ich hab letztens ein Foto von dem, von dem, von diesem Matze da, von seinem Computer gesehen. Der hat noch ein Diskettenfach. Nein. Doch, was noch? Nein. Doch. Doch. Hab ich euch schon mal gesagt, dass ihr echt kacke seid. Hey, 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 hey. Ich ruf mein Papa. Er kommt. Papa, komm mal eben schnell. Ja, mein Junge, was ist los hier? Der ärgert mich. Wer? Matze. Der ist erwachsen. Der spielt mit Kindern. Also, oh. Hey, pass mal auf, Matze, du Buttergolem. Wenn du hier mein Junge nicht anständig behandelst, ne? Ich weiß, wo dein Haus wohnt, mein Freund. Siehst du? Und dann. Dann hat nicht nur von dem kleinen Flexi mal der Arsch Hochzeit, sondern dann hat dein Arsch auch noch hier kirmes. Ich denke, das hätten wir jetzt mal eben so kurz hier geklärt, ne? Ich lasse euch dann jetzt mal wieder alleine. Und Flexi, sag mir Bescheid, wenn der dich wieder ärgert. Alles klar, danke, Papa. Danke. Danke, Papa. Boah, du hast voll den Ehren, Papa, ich schwöre. Ja, ne? Ich dachte, der ist, also, ne? Also, der ist mega. Der ist richtig gut. So, Matze, wie war das jetzt nochmal? Was sind wir? Ihr seid so doof. Ähm. Papa! Papa! Oh, komm, wir heute nochmal zum Spiel, Alter! Das ist das Streaming-Univers, ohne Scheiß. So, ich drück mal bereit, sonst kommen wir ja gar nicht mehr zum Spiel. Wer ist denn wer jetzt? Hallo. Hallo, E-Pumps. Ah, okay. Du glaubst doch wohl nicht, was ist denn das für eine Frage, wer wer ist? Warum? Du glaubst doch wohl nicht, dass der Buttergolem da drüben schon entscheidet. Ich geb dir gleich Butterflipp. Warte. Ich glaub, der blutet. Aua, Alter. Ich hab damit nichts zu tun. Du musst F drücken, Max, sonst vermutest du. Du musst F drücken, F. Genau. So, Bruder, let's go. Da läuft er vor mir. Äh, 225. Vor mir. Zwei Stück, zwei Stück. Vorsicht, Kren. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Schieß, schieß. Hit, hit. Der eine auch. Ja, der eine ist down. Nice. Der rechts am Baum, oder? Ist der down? Ich glaub, ja. Ja, der ist down. Der andere ist zwischen... Wer ist denn da so weit vorne, Alter? Ich, ich, ich. Das ist... Hier, hier, bei mir. Hit. Komm her, du Sau. Bam. Junge. Jawohl, Junge. Ho. Ho, Junge. Alter, was ist mit dir los, Bruder? Ich brenne. Ah. Hast du den Matsuma hier, äh... Oh, da schießt einer. Matsuma, hast du das? Ja, das war ich. Okay, nice. Ich muss nachladen. Hier, Matsuma, hier liegen Pist... Oder Waffen, die kannst du aufsammeln, wenn du möchtest. Ich loote erstmal den. Man kann den auch mit F looten. Dann zeigt er dann an und loote den. Geht auch. Jawohl, der ist den Spieler schon weg, Bruder. Nice. Läuft, der ist. Da muss ja noch Muttergolem hinhalten. Hier lacht der irgendwo, glaub ich. Ich glaube, der lacht hier irgendwo. Ah, Zombie. Mach es weg. Lacht du? Ja, das ist voll gut. Oh, hier ist der Fettklops irgendwo. Hier ist er, er kommt. Er kommt. Ich muss den töten. Fetti. Oh, ich bin gleich tot, Alter. Lass, ich muss den töten. Nein, er hat mich. Da oben im Fenster. Jo, ich seh's. Hat dich. Hat ein Hit. Noch ein Hit. Ah, fuck. Könnt ihr mich holen? Nee, ich bin down. Oh, null. Dann mach mal, Potti. Ja, klar. Ere. Potti, we believe in you. Ja, ich believe auch. Yes, you can. Ist das eigentlich immer noch so, dass man bis Stufe 16 den Dings hier nicht verlieren kann? Äh, 11, glaub ich, also. Ach, das ist eh. Wenn ich jetzt den scheiß Park hätte, ne? Ja. Dann würde ich ja rein belieben, ne? Ja, wenn nicht, lass sein. Nix riskieren. Oh, die haben beides. Ja, ja. Boah, wie lange braucht denn die Scheiß? Loll. Du hast doch gewechselt. Loll. Egal. Ich bin froh, dass ich ein Dings nur hatte. Ja, kostenlose nicht auch. Genau. Gerade um die Waffen. Ja. Weil ich hab nicht nachgedacht. Ich hab nämlich die Waffe mitgenommen und hab gar keinen Perk dafür gehabt. Ah, Loll. So, Spüler. Hallo, Spüler. Ja, Spüler. Okay. Drei Verträge. Oh, direkt 195 ist was. Hallo. Hallo. Guck mal, ich kann zaubern. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist blau. Oh. Oh, wolltest du was trinken? Ey, ich hab ne Spritze. Oder? Ja, ich auch. Oder wolltest du ne Havana? Ey, ja, stech dich aber nachkommen. Der zündet. Der zündet, der, 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 der knallt. Der knallt, der, der, der knallt. Der, 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 der knallt. Der, 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 der knallt. Lass mich mal losgehen? Einmal zündet. Geht los. Ehrlich? Dann machst du mal schön alleine. Ich hab nen Schalldämpfer. Du bist ein richtiger Assi. Weißt du was? Warum? Nein, ich helfe ihnen doch. Aber die Hunde, der muss sie ja selber erledigen oder nicht? Ah, ne. Ne, haben wir doch mal gesehen, dass das bei dir auch so geht, oder? Ja, stimmt. Warte. So, der eine hat nen Hit. Der eine ist da. Ne, noch nicht. Ich muss mal reloaden. Ja, ich auch. Ich reloade auch mal. Ah, der Hund kommt. Hallo, Fifi. Na, du? Äh, wie kommt denn zu mir? Alter. Das ist Lassi. Mhm. Oh, hier ist noch Muni-Kiste, falls ihr braucht. Hier in dieser kleinen Scheune hier. Oh. Hier, hier rechts, hier in dieser kleinen Hütte hier. Direkt rechts um die Ecke. Oh, da war es links? Ich weiß es schon nicht mehr. Äh, wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist die Spinne schon. Lull. Hier ist die Spinne schon drin. Ich hör sie. Ja, dann rein in die Ulre. Let's go. Lull. Let's go. Holt euch Lampen oder verbrennt die Sau. Hier ist noch mal Muni. Hier ist die blöde Sau. Hier sind Lampen in der Ecke. Drei Stück bei mir. Ich hab einen Molotow. Ja. Ich mach die Tür hinten zu, wo wir reingekommen... Also, ich schon zu. Hurra, die ist bei mir. Bruder. Brenn, du Sau. Ah, du gehst dran, Alter. Aua, Alter. Du dumme Sau. Aua, Alter. Boah, jetzt können wir hier nicht durch, ne? Boah, das ist ärgerlich. Äh, schießt da einen auf mich? Nein. Ich nicht. Das war ich. Ich hab auf die Spinne geschossen. Bin ein wenig vergiftet. Ja, ich auch. Ich muss eben... Ich muss mich eben hier... Ah, ich hab noch Dynamit. Vorsicht. Ich schmeiße Dynamit. Mein Gott, nimm doch die 8, Mann. Immer nach oben. Die kommen, glaub ich, auch. Vorsicht, Dynamit. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Loil. Wo, Mist? Ja, ich hol mir eben die Lampe. Oh! Aua, Alter. Ih, die begattet mich. Hilfe. Äh. Ih, Alter. Ich bin fast tot, Bruder. Wo ist die, Bicke? Oh, Alter. Ich muss mir die Spr... Ah, die Spritze ist... Scheiße, die Spritze ist fast leer. Ah, hier ist Heilung oben. Falls jemand Heilung braucht. Hier ist Heilung. Ich will die sehen. Wo ist die? Ah, nee. Falls sie... Hier, bei mir! Wow. Ihh, ich brenne! Ah, zünd mich doch nicht an, Mann! Alter! Geht doch alle weg von hier! Vergift es. Oh, Lull. Ist er denen auch noch im Kopf geschossen. Lull! Zieh sich den nur noch im Kopf, Walter! Er rennt durch, einfach! Vielleicht sollten wir es auf einige Ecken verteilen, einfach mal. Ach. Ich muss mir jetzt mal hochhalten. Hier, hier! Komplett erledet. Da steht ein Heil! Heil! Nein, ich muss deinen Heel verbrauchen. Hier, hier! In der Ecke steht Heilung. Hier, hallo, wo ich stehe. Hallo? Ja, ich hab hier auch. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Mal hier. Ist down, ist down, 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 down. Nice. Verbann, dann kriegen wir Heilung. Nice. Ausgang ist direkt bei uns in Richtung, äh... Dein Haus ist nicht so laut, Alter. Südosten. Das Licht wartet auf dich. Glaub, muss los! Okay, go, 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 go! Ich geb euch Rückendeckung. Ja, Potti, scheuch du mal schön die... ...Dreh'n auf. Ehre. Ich war grad am Nachladen. Jo. Hab ich mir schon gedacht. Oh, zwei Feuermänner, Alter. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Der eine ist down. Nice. Jalla, jalla. Jalla, Bibi. Was war dat denn? Das war die Zu... Hä, der war der Bahnhof. Lol. Ja, hier, unser Bahnhof. Tschuu, tschuuu. Rechts, Schüsse, rechts. Von rechts? Wo denn? So, wie hinter dir? Ja, direkt vor mir, Alter. Mann. Ist weg. Ist weg. Oh, nice. Rett' mich, rett' mich, rett' mich. Ja, 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 schon dabei. Bin dabei. Bin dabei. Ich weiß nicht, ob der andere da schon war. Ehre. So, raus. Extrahieren. Jungs, wohin? Ich loop mir den noch. Geht raus. Ihr habt ja die Beute, ich nicht. Ich werd ja nicht gesehen, quasi, von denen. Hat einer noch ne Heelspritze? Äh, leider nein. Ja, ich hab noch zwei. Ja, egal. Ne, behalte, behalte, behalte. Lol. Das ist aber auch neu, ne? Ja. Lol. Haben sie das fies gemacht. Jihau. Ich bin tot. Ja. Das war ich nicht. Lol. Da ist einer. Hier links. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ist down, ist down, ist down. Oh, lol. Hilfen. Hilfen auf, ich geh'n looten. Wie kommt ihr den Geier an? Ja, ihr habt den Hand, ihr, ihr Penner. Ehre, Bruder. Ehre. So, hab ihn. Ich komme. Ehrenmann. Kommt hierhin und hoppt euch hierhin. Nicht auf das Boot. Hier vorn hin. Ich hab gedacht, du hast ihn erschossen oder so. Nee, hab ich, ich hab erst mal nur... Nee, hab ich, hab ich nicht. Und dann hab ich, und dann hab ich den da gesehen, weil du sagtest, ey, dat war ich nicht. Er gönnt sich erst mal ne Spritze noch, alter. Du hast überlebt, um an einem anderen Tag zu sterben. Wer? Ja. Vielen Dank.